Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blind Space. Ja, Dead Space, Entschuldigung. Natürlich renne ich erst los, um überhaupt zu reden, ne? So. Ja, willkommen zurück zu Dead Space. Ähm, das letzte Mal sind wir hier in dieser Waschküche angelangt. So. Und jetzt wollen wir uns doch mal einen Weg da durchsuchen. Hilf uns, dass Peil sind, dass wir durchs Druck gehen. Ach, da gibt doch noch was. Vielleicht der Stimme hinter mir muss. Ich sehe Stimmen. Ähm, ja, hier muss ich rein, genau. Und das ist... Wie ist das? Ja. Genau. Ja, wir müssten hier einen Aufzug nach unten nehmen, nur... Aufzug funktioniert nicht, wir haben keinen Saft. Gut, suchen wir uns Saft. Möchtet ihr was? Und gerade fragen, wo wir sind. Ähm. Ich meine nämlich zu Ende, dass diese Stelle so ein bisschen nötig war. Was? Allerdings, ja, jetzt ist noch... Ah ja, Playboy oder was das sein soll. Ähm, schon, dass wir sowas auch... Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was sie mit... Mit den Leichen machen. Was aus ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmassen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infizit bin. Bitte sagen Sie Dawn... ...und den Kindern... ...was ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Noch einer! Ich glaube, darauf muss man... Ich glaube, darauf muss man nicht groß eingehen. Eine, ähm... Ich würde wirklich sagen, eine mutige Entscheidung. Sich selbst zu verstümmeln und im Grunde auch selbst umzubringen. Ähm... Ja, er hat sich auch umgebracht. Er hat sich die Leadmaster abgetrennt. Aber eine... Wahrlich mutige Entscheidung. Nur damit er niemanden mehr töten kann. Sich selbst umzubringen. Naja. Man kann jetzt mal so sagen, gestorben wäre er vermutlich so oder so. Ja, diesen Wahnsinn hier. Es ist ein Wundermund, dass Isaac er noch am Leben ist. So, hier ist jedenfalls die Energieeinheit, die wir mitnehmen müssen. Hm. Komisches Geräusch machen die Viecher. Das ist immer irgendwie so eine tiefe Stimme. Aber gut. Ähm... Nicht hier rein war das, ne? Ja, hier war das. Dort einsetzen. Ja. Geht er rein. So. Damit hat unser Aufzug endlich Saft und wir können... losfahren. Einmal nachladen. Ich hab ja gerne volle Magazine. Tja. Jetzt müssten wir auch schon... Sind wir jetzt hier, wo ich denke, dass wir sind? Ja, das hört sich so an. Da ist eine Tür. Hier gibt's gratis Stase. Ein Textlog. Erstmal... Kommt, die wir in den Textlog. Ähm... Logbuch des Abbaubetriebes. Dallas. Also A. Dallas. Supervisor Second Engineer. Die Aufbohrung des Planeten verlief ohne Zwischenfälle. Obwohl es einige Probleme an der Oberfläche gegeben haben muss, da wir kurzzeitig den Kontakt zur Kolonie verloren haben. Der erste Gesteinspunkt wurde etwa eine Stunde nach der Aufbohrung aus der Kruste extrahiert und wurde dann direkt verarbeitet, raffiniert und geschmolzen. Ähm... Die Ergebnisse übertreffen selbst die optimistischsten anfänglichen Erwartungen. Eine durchschnittliche Ausbeute liegt bei 35% Mineralien, 5% Fossilien, 60% Abfallprodukte. Aber das Material des ersten Gesteinsbrocken besteht aus 65% Mineralien und 0% Fossilien, was auch zu erwarten war. Das ergibt 6,5 Tonnen Erz pro 10 Tonnen Gestein. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es nicht mit einer Anomalie zu tun haben, sind wir auf eine regelrechte Goldader gestoßen. Ja, das ist ja Aegis 7 hier, also offenbar ein sehr ertragreicher Planet. An Mineralien. Ähm... Und uns wurde in der Introsequenz gesagt, das hat er gesagt, es gibt hier Gold, Kobalt und Lithium. Welche Türen wir nehmen, ist uns scheißegal, die führen wir beide auf die gleiche Stelle. Ähm... Gibt es die Gegner? Das hört sich so an. Oh, ihr! Diese Gegner. Oh, zwei Stück. Komm schon, stirb. Danke. Zwei Stück. Ja, scheinbar zwei Stück gewesen sein. So, das hier ist so ein Traktorstrahl oder sowas da oben. Noch einer. Jetzt kommt der eigentlich schwierige Part. Dies ist eine Stelle, an der man super draufgehen kann. Warum? Wir müssen da durch. Und wenn wir von diesen Dingern getroffen werden, ist es natürlich ein Instant Death. Also drauf und lauf. So, wenn wir draußen sind. Tötet den Gegner. Der ist tot. Tötet den Evo mal. E. Oh, das ist scheiße. Das ist ganz scheiße. Da ist noch einer. Isaac, mach hin. Dann machst du eben nicht hin. So. Ja, ähm... Das ist der Peilsinn. Das haben wir aktiviert. Dann müssen wir noch... 48 Sekunden. Da habe ich noch Luft. Das muss reichen. Diese Dinger müssen wir deaktivieren. Das ist Starse. Und dann wird rein schießen. Okay. Ähm... 30 Sekunden habe ich noch. Einmal kurz hier rüber. So, hier haben wir jetzt gerade... Nee, warte, warte, warte. Isaac, du musst dir noch ein paar Sekunden gedulden. Das dachte ich mir nämlich. Ende des Vakuums. Mal rein und wieder raus. Ähm, ich will nämlich nicht riskieren, hier zu sterben. Weder ein Luftmangel noch ansonsten irgendwas. So, und das Ding haben wir zerstört. Da müsste auf der anderen Seite ja noch eins sein. Nicht wahr? Ja, das ist auch... Gut, gut. Ähm... Jetzt schießen. Vorrangend. Ähm... Haben wir noch hier irgendwas? Das war's, glaube ich, so. Jetzt kommt der schwierige Teil. Wir müssen wieder rein. Ähm... Mal sehen. Wenn das weggeht, kommt das andere. Scheiße. Halt den Schnabel, Isaac. Einmal auf die Ebene. Das hat ja wunderbar geklappt. Ich erinnere mich, dass ich beim letzten Mal durchspielen hier... ...glaub ich dreimal gestorben bin, weil ich immer irgendwo falsch eingeschätzt habe. Naja. Hier runter. Jetzt müsste er auf dem Boden sein. Und es wird gesagt, dass ich hier... Also, ich glaube, der Zettel hat sich die nur von der anderen Seite. Und das Letzte ist nach oben. Springen doch mal. Danke. Oh. Ich habe doch alles gesehen, hier vorbeifliegen. Wie mache ich das dann? Schön. Ähm... So. Und das Letzte auch noch. Ich habe wieder nicht auf die Hürde. Achto. Lagen 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Ich glaube, meiner Uhr ist es schon wieder zehn Minuten. Also eben vergeht die Zeit momentan nicht schnell für mich. So. Ist ja auch egal. Wir müssen da rum, da rum. Wo dahin? Da völlig das egal. Ähm... Ah, zur Tür raus. Okay. Gut. Also einmal den Raum verlassen. Ich dachte ganz schön, ich stehe hier auf dem Türrahmen. Ich habe doch hier... Ist auch egal. Hier draußen gibt es Gratis-Stars. Da muss ich jetzt keine benutzen. Kommen hier Gegner? Ich weiß es nicht. Ende der Schwerelosigkeit. Sieht nicht so aus. So. Dann muss ich es hier benutzen. Starten voll. Hier oben da noch was. Ich sehe da auch was und es ist tot. Wie komisch die Rechten hier immer aussehen. Das ist echt... nicht schön. Warum oder als das war? Ich habe es eingesammelt. Äh, gut. Ah, ja. Ich glaube, ich weiß... Ah, jetzt kam dieser Scheiß-Teil. Ähm. Ihr erinnert euch gewiss noch an die Stelle, wo wir die Energieeinheit hergeholt haben. Ja. Jetzt dürfen wir sie zurückbringen. Und hier gibt es natürlich Feuer. Weil wir da was kaputt gemacht haben, was wir wohl nicht entdecken sollen. Wahrscheinlich, ja. So, jetzt scheiße. Ups. Wir haben die Energieeinheit. Wir haben die Energieeinheit. Ich muss Cola. Jetzt ist ein Personal. So. Ah, der weiß nicht, wie ich bin da lang. Ich glaube, da kommt ich nicht durch. Gut. Das Abendessen wird in 10 Minuten im Schweißesaal serviert. Abendessen. Ja. Äh, schön, sowas gibt es ja auch. Ja, natürlich. Hier arbeiten auch Menschen, die müssen natürlich auch was essen. Aber finde ich es interessant, dass Abendessen wird in 10 Minuten serviert. Gut zu wissen. Wie spät ist es dann bitte hier? Also in-game. Mal so raten. Ähm. Ich verkaufe ich. Ich verkaufe ich. Ich verkaufe ich. Ich verkaufe ich auch nicht. Ich verkaufe ich auch nicht. Das brauche ich noch. Reicht wieder für ein Plasma, äh, hier Energieknoten. Oh, ist doch schon. Sehe ich gerne. Denn mehr Energieknoten bedeutet bessere Waffen. Bessere Waffen. Gut. So, gehe ich nochmal hier in die Bench. Ich meine nämlich zu Ende, dass diese Bench irgendwie scheiße war. Was weniger mit der Bench an sich als was anderes zu haben hat. Steinkanone. Äh, Schaden. Die macht zwar schon genug Schaden, aber jetzt ist es mir auch egal. So. Das wusste ich doch. Verdammt. Das war's, was ich meinte mit die Benches. Scheiße. Sobald man sie benutzt, also sobald man vor allem wieder weg geht, ist ein Gegner da. Das war richtig scheiße. Scheiße unfair. Irgendwie interessant. Ähm. Nee, aber, äh, ich, ich wusste, dass der Gegner kommt, oder ich war mir zumindest ziemlich sicher, dass er hier kam. Und trotzdem bin ich zusammengezuckt, weil man da einfach, ja, scheiße, plötzlich steckt der Gegner neben dir. Nein. Wo kam die her? Was ist das hier? Ach ja, ich habe ja den Schlüssel für die Tür. Oh. Ist das, ist das der Raum? Ja, das ist der Raum. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier kam auch noch viel nach. Da ich nicht weiß, welche Gegner, ob es nicht diese Fehlermäuser waren, wird sich jetzt selber mal Atsche gemacht. Ich habe es oft genug gesagt, ich bin kein Fan von Leichenschändungen. Naja, wer ist das schon? Aber in diesem Fall ist es leider, ähm, sinnvoll, wenn nicht gar notwendig. Weil, schau mal, warum würde ich ja alle leichten ganz lassen. Und immer würden diese Fledermäuser kommen. Munition und Panzo hin und her, das läuft nicht so viel weiter. Gut. Ähm. Geht hier noch irgendwas rum. Oh, die Knoten. Noch einer. So, ähm, Ladung. Weg mit dir. Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu. Als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort der Zeit nicht empfangen. Ist doch schön. Also, äh. Befehlige Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ich meine, es ist nicht schön, dass wir momentan keine Antwort empfangen können oder so. Ich meine. Das ist ja schon, dass wir jetzt eine Überlebenschance haben. Was ist das? Oder kommt auch noch einer durch. Oder kommt auch noch eine schwarze Sache. Was ist denn, was ist denn schwarz? Ich sage immer, die sind schwarz, weil sind sie ja nicht wirklich einfach nur ein bisschen dünner. Weil die schwarzen sind ja auch nicht. Außerdem könnte man dann wahrscheinlich irgendwie Rassismus oder sowas vorwerfen. Naja. Es ist ja nicht so gemeint. Ähm. Gut. Äh, ja. Das Array ist im Arsch. Wir dürfen jetzt auch noch die Kommenanlage reparieren. Interessant. Dafür sind wir ja eigentlich hier gekommen, ne? Wir kamen her, um die Kommenanlage zu reparieren. Jetzt machen wir das sogar noch. Was ist denn noch Gegner? Ne, den habe ich vorhin zusammengeschossen, genau. Da fucken wir uns ab. Ich gehe mal speichern. Ich gehe mal speichern. Ähm. Ich kann gerade... Ich muss gerade mal gucken, ob der Part vorbei ist. Momentchen. Ne, ein paar Minuten haben wir doch. Das bedeutet, ich kann das Kapitel wohl noch beenden. Ach genau, hier sind wir ja reingekommen. Ich nehme mal an, ich muss nach Gantz. Scheiße. Entschuldigung, hat mich verdrückt. Jetzt war ich da ganz unten, aber wollte ich auch noch ganz oben. So, jetzt nach ganz oben. Und auf den Weg kommt noch garantiert... Ne, kommen wir aufs. Oder? Kam du nur einmal in diesem Aufzug? Ich habe mich ja eigentlich schon so ein bisschen überraschen. Mal gucken. Das hier ist ja eigentlich auch ein recht guter Kampfschauplatz, sag ich mal. Ich habe mal gerade eine Frage. Wo sind die Leichen von unserem ersten Nekromov-Kampf hier hin? Ach, scheiß drauf. Lassen Sie. Oh, nein. Oh, nein. Hier gab es doch einen Shop. Ich meine, als wir das erste Mal mit dem Aufzug gefahren sind, kamen ja auch Gegner. Und wo sind vielleicht die Leichen geblieben? Weil ich habe sie nicht weggeräumt. Ich bezweifle, dass hier irgendjemand rumrennt, der einfach sagt, ja, ich räume irgendwelche toten Nekromovs weg. Das wäre doch ein bisschen komisch. Bergbank. Noch ein oder zwei Nekiknoten verbrennen. Verbrennen? Ne, verbrennen tue ich lieber nicht. Nehmen wir das und das. So, brauche ich noch was. Einen. So, nur noch einen Nekiknoten. Ich habe gerade einen über. Soll ich den benutzen? Ne, ich habe lieber eine mal dabei. Und das bedeutet, dass im nächsten Kapitel, da werden wir ja garantiert wieder irgendwo in der Küche, und dann habe ich auch die Strahlenkanunde voll aufgerüstet. Schön, dann kann ich mit, wahrscheinlich mit dem Rake weitermachen. Ich weiß zwar nicht ganz warum, aber egal. Vielleicht Luft. Das könnte, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo ins Weltall müssen, aber es könnte vielleicht praktisch sein. Und wo muss ich jetzt langlaufen? Ich will das Kapitel noch beenden in der Part hier. So. Ähm, da kommt schon. Monorail. Beendet das Kapitel. Sehr schön. Kapitel 7 im Sleere. Abgeschlossen. War etwas kürzer als das letzte Kapitel, glaube ich. Oder? Doch, als das davor. Die letzten beiden hießen ja, wenn ich mich richtig erinnere, tödliche Hingabe und Gefahr für die Umwelt. Und ich glaube, die waren länger. Suchen und retten. Unser nächstes. Auf der Brücke, da waren wir ja schon mal. Nur natürlich bleibt nichts, wie es ist. Die Brücke hat sich ein bisschen verändert. Also natürlich, die Gebäude sind, äh, die Räume sind noch die gleichen, aber ähm, es sieht etwas anders aus. Und hier mache ich dann das nächste Mal weiter. Also im nächsten Part. Und, naja. Mal gucken, was da passiert. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.